Herrje, wer hat denn schon wieder das Gruzifix in die Waschmaschine gegeben? Ist was passiert? Der Herr ist fort. Das macht er immer bei 90 Grad. Aber keine Sorge, nach drei Tagen erscheint er wieder. Freude, Freude! Pater Reginald, was haben wir denn heute noch vor? Pater Gabriel, ich muss doch noch auf die Mitternachtsmesse. Party, Party. Aber Pater Reginald, um diese Zeit, wer spielt denn da noch? DJ Grandpater Flash. Ah, ist das der durchgeknallte Organist von der Stiftskirche zu Würzburg mit seinem Techno Uts, 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 Uts? Ich weiß nicht, Brüder. Ich finde zu dieser Musik einfach keinen Zugang. Da kannst du froh sein, wenn du einen Ausgang findest. Freude, Freude! Also mir gefällt's. Außerdem fahr ich jetzt los. Amen. Halt, halt, Reginald. Mit wem fährst du überhaupt? Ich fahr ins Techno-Kloster mit unserem Pater Noster. Freude, Freude!